Willkommen, liebe YouTube-Gemeinde. Willkommen zu Marvins vierten Vlog. Hier in Gernzheim wieder heute unterwegs. Hallo Marvin. Alter, ich... Surfen ist unser Leben. Surfer da, ey! So, was kannst du noch machen? Für den Vlog. Ich hab dir einen Fleck auf die Kamera gemacht mit meiner Nase. Machen wir hier gerade einen Vlog? Vlog ist da. Oh Junge. Vlog, Vlog. Fuuuck. Geiler, du bist... Geiler, du bist... Nächster Clip. Danke, jetzt ist es los. Soll ich mal einen Clip machen? Kamera vs. Kamera. Soll ich mal einen Clip machen? Oh! Das ist die Wälder! Yooo! Das hat er voll schön gemacht. Drei, zwei, eins, go! Den hinderst du. Okay, den hinder. Okay, den hinder. Okay, den hinder. Okay, den hinder. Hey, du warst da nicht, du hast da. Wo? No! Ah, nein! Ja, aber... Das sieht schon echt nach Spaß aus. Marvin, gib dir Session aller! Reicht's! Yo! 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 Woo! Was ist mit der Session? Die Session ist over and out. Ciao, bis zum nächsten Mal!